Hallo meine Freunde, wir können doch mal wieder finden, dann BOSS! Wir können doch mal wieder, meine Freunde! Flair und BOSS mit deinem Hengst von CCM3 bringen, meine Freunde, da wollen sie ihre Karriere beenden! Flizzy, warum? Digga, warum willst du Karriere beenden, man? Du bist guter Musiker, man! Ich hab Atlantis und Witter gefeiert, man! Mach weiter, Junge! Wollen wir gleich aufgeben, man, ne? Die Leute werden auch deinen Song filmen, man! Blaues Blut haben sie damals auch nicht gefüllt, jetzt, aber jetzt spielen sie es! Also bleib einfach am Ball, man, für Ronaldo oder so, man, ne? Das kriegst du doch hin, man! Mein Gott, immer gleich aufgeben, was denn, was für ein Land leben wir hier denn? Mein Gott, ey, komm, wir stellen zum nächsten Thema, unser guter alter Merz! Erklärt, warum er YouTuber gedisst hat, man! Weil er es nicht cool fand, dass sie auf seinen Nacken Hack machen! Wie ich immer sage, gibt jedem seinen Hack! Aber glaubst du anderen Leuten, ihr Hack, indem du nur drauf reagierst und eine Eigenleistung hast, ist nicht cool, man! Also Leute, bleibt korrekt, man! Und klärt anderen Leuten nicht ihren Hack, man! Okay, meine Freunde, das war's für ein Video von mir zum Boss! Abonniert und like nicht für das Wochenende und tschau, man! Und das war's für alle tale, wir haben uns da, was wir arbeiten. Und das war's für den Film. Und da war's für den Film.